Herzlich willkommen zur Super-Amiibo-Super-Show. Der Show, in der sich alles um Amiibo dreht. Heute präsentieren wir Ihnen Mario. Dieser abenteuerlustige Italiener ist eine wahre Ikone und ein echter Held. Superstar! Seine Freizeit ist dem launigen Latzhosenträger sehr wichtig. Daher geht er neben der Schnurrbartpflege einem bunten Mix aus Hobbys nach. Leider kommt Mario nur sehr selten zu so attraktiven Aktivitäten wie Kartfahren, Tennis spielen oder gemütlichen Brettspielabenden mit seinen Freunden. Er ist nämlich viel zu sehr damit beschäftigt, royale Schönheiten in Nöten zu retten. Darüber hinaus hat er einen Faible für tolle Kostümierungen. Reizen sollte man den sprunggewaltigen Schnurrbarträger allerdings niemals. Sonst kann es passieren, dass er mit flammenden Feuerbällen um sich wirft. Bringen Sie jetzt Mario ins Spiel mit Amiibo! Das hier präsentierte Amiibo ist mit diesen Spielen kompatibel. Das hier präsentierte Amiibo! Das hier präsentierte Amiibo!